Als nächstes möchte ich euch einmal die neue Funktion vorstellen und das ist Hintergrundeffekte anzeigen. Solltet ihr diese Option hier nicht zur Verfügung haben, dann schaut doch einfach mal hier unter euren Einstellungen, ob auch eine Kamera eingestellt und gewählt ist, damit ihr dann diese Funktion auch vernünftig nutzen könnt. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, wenn wir eine Besprechung betreten, dann haben wir hier die Möglichkeit, die Weichzeichnung und den Hintergrundeffekt einzustellen, auszuwählen. Weichzeichnung bedeutet einfach nur, dass der Hintergrund unkenntlich gemacht wird und unsere Silhouette wäre hier einwandfrei zu sehen. Und bei den Hintergrundbildern können wir auch entsprechend uns ein schönes Hintergrundbild auswählen und dieses dann in der Besprechung auch nutzen. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn die Kamera aktiviert ist. Wenn ich sie deaktiviere, funktioniert das Ganze nicht mehr. Je nachdem, was ihr für eine Kamera nutzt, habt ihr dann auch die Möglichkeit, den Kamerawinkel umzustellen. Ich nutze als Webcam mein iPhone. Wie ihr das Ganze dann auch nutzen könnt, gibt es dann auch noch in einer späteren Lektion. Um einen Hintergrundeffekt wechseln zu können, klickt ihr einfach hier auf die Option, habt dann hier eine Möglichkeit, Hintergrundbilder auszuwählen, diese zu nutzen. Das sind alles vorgefertigte Hintergrundbilder von Microsoft. Hier unten gibt es dann auch noch mal die Möglichkeit, eigene Hintergrundbilder zu nutzen und was es mit dem Verspiegelten auf sich hat und wieso ich hier zwei Hintergrundbilder habe, werden wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Und natürlich auch, wie ihr eigene Hintergrundbilder hier hochladen könnt, um diese zu nutzen. Untertitelung des ZDF, 2020